Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stubborn. Hübschen! Ja, und der Dave baut hier gerade einen hübschen Keller. Und ich, da machen wir nach links, also dann das Wohnzimmer hin, ne? Jo. So. Letzter. Na bitte. So, und dann machen wir hier einfach mal... So, dann machen wir hier nämlich auch das Wohnzimmer hin. Jawohl, mit dieser wunderschönen Starbond-Musik. Jawohl, und hier haben wir auch Kohle. Perfekt. Und jetzt kommt hier gerade so eine Art Kampfmusik. Jawohl, der Keller wird gut. Jawohl, gut. 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 Ich höre nur so, wie da so eine Tür bei dir aufgemacht wird. Ich hab' nicht zugemacht. Oh. Ja, dann hab ich das gehört. Und... 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 Null. äh, drei zack zack ah, so geht das so, dann brauche ich jetzt einmal Stein so äh, hier mache ich es noch eben kurz zu, dieses Loch ebenfalls mit Schmutz die tun wir da hin dann können wir hier so, dann brauche ich die äh, so, 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 so. Jawohl, wir haben übrigens einen Brunnen, ne? sehr gut So, ähm, ne, 0, zack, und 9, äh, 0. Ja, okay, oder wir machen das. Also, fuck, ich muss Holzhacken gehen. Gleich. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn du vom Holzhacken gehen zurückkommst. Jo. Ja, okay, machen wir hier das dann mal so voll. Und dann haben wir hier so einen hübschen Brunnen. Oh, ich esse mal zwischendurch da mal was. Hm. Hm. Nur, ich wundere dich nicht, wenn ich ab und zu da was leise bin, aber ich genieße einfach das Spiel. Ja, ja. Ja. Ja, ich weiß, deswegen ja auch, ja, ja. Da oben lief gerade der Dave entlang. Übrigens, wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du eins in der Blöcke nehmen, ne? Ja. Ja. Wusstest du das nicht? Nee. Ja. 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 Ahhhhh Lekmesh Ja So, wie machen wir das hier jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß wie. So, bauen wir das hier. Klein wenig weiter nach hinten. So. Das war so. So, das Teil da kann auch noch weg. So, und dann machen wir von hier aus in so eine... Oh, und da gehen wir die Treppen aus. Ach, na komm. So. Zack und zack. Zack. Schöne Spiele, ist das einfach nicht mehr? Jaja, ich weiß. Okay, machen wir das anders. Machen wir... Hast du eigentlich den Timer wieder gestellt? Ja, ja, der läuft. Oh, jetzt ist das zu hoch. Inventory. Scheiß drin, Habe. Machen wir das dann so? Woodlands. Was auch nice ist, dass man hier nicht bezahlt hat, wie sich Woodpanks aufhört, so wie man mein Gott. Was? Was? Was auch alles, dass hier unbegrenzte Woodpanks sind, die man kann ich auch, glaube ich zumindest. Jaja. Müsst du, die haben einfach immer viel rechtiger Sticks, oder lieber was war als 50. Hm. Also das hier definitiv besser. So haben wir einen Brunnen, wo man auch reinfallen kann. Ich bin im Brunnen. Oder du benutzt das als eine Art Badewanne. Was? Oder du benutzt das als eine Art Badewanne. Nein, Junge. Da guck ich mal. Ich hab wieder diesen Eimer. Schack mal ein bisschen Kabel-Stone ab. Das kann man auch immer mal gebrauchen. Jupp. Ah, nee, den kann man nur irgendwo hinstellen. Hm. Dann machen wir das doch so. Ah, nee, jetzt hab ich das ein bisschen... So, dann stemmen wir da den Eimer rein. So, ich komm so raus. Machen das dann so. Diese Musik auch immer richtig steil. Ja, ja. Löschchen. Und Löschchen. So. Gut, dann bauen wir hier mal weiter, indem wir das hier dann noch so ein bisschen in die Länge ziehen. So, dann machen wir das hier dann mal auf einem anderen Planeten. Erstgleich. Also in 100 Jahren. Irgendwann bauen wir noch mal so ein bisschen, aber wir müssen das auch immer noch markieren. Ach, was für Arbeiten hier. Ach, so. So. Machen wir das hier so. Was machst du da? Ist zu. Übrigens, wie wär's, wenn wir das hier mal anders machen? So, lass uns das jetzt mal kurz ja ins Bluten. Äh, drei. Warte, warte. Oh, Dave. Ach, scheiße. Ich glaube nicht. Egal. Nein, nimmst du nicht. Was ist das jetzt für ein Schrott, äh, Brunnen? Hast du ja dollen bekommen. Oh. So, und das auch noch. Steht der Keller unter Wasser? Doll. Hups. Der Keller steht unter Wasser. Dann nehme ich mir auch diese epische Kiste hier mal. Redisch. So, dir nehme ich auch mal. Ach ja, übrigens. Wie kann man nochmal einzelne Blöcke heben? Shift gedrückt halten. Immer für einzelne Blöcke. Hm. Wie machen wir jetzt das Wasser da wieder rein? Ja, gar nicht. Ups. Deswegen meine ich ja. Was machst du da für einen Wurz? Was denn? Junge, mach doch nicht die Pipes weg. Ich glaube es nicht. Ja, was willst du damit? Ja, aber das ist gut für den Keller. Was ist das überhaupt? Pipes Ohre. Oh, du mit deiner mickrigen Kiste. Seit still war es gar kein. Ja, ich sehe da ein bisschen mehr, aber... Oh. Kopf hoch. So, das sind das die kleinen oder die? Die sind die kleinen. Nein. Nein. Okay, dann machen wir es an. Dann machen wir... Nehmen wir zwei von den kleinen. Boah, jetzt rede ich doch einfach mal. So. Dann einen von den großen da hin. Ach, Kind. Okay, wir brauchen auch Sand. Und... Ich weiß, was wir hier machen könnten. Hier könnten wir dann irgendwie mit... Oder wir machen den da hin. Das ist ja... Ah, das hier soll die Küche sein. Okay. Wenn das sowas zu tun hat. Und jetzt kommt auch die Zwergerkartisch. Die Zwergerkartisch. Wart mal eben. Und da meldet sich auch der Timer. Also verabschieden wir uns hiermit auch von dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal von Let's Play Starbound. Da war uns. Ciao. Ciao. Ciao.